Du willst deine Pflegeskills verbessern? Perfekt, dann sprechen wir heute mal darüber, wie du deine Shower-Routine ableveln kannst. Wenn du die heutigen Tipps in deine Dusch-Routine integrierst, dann garantiere ich dir, dann wirst du nicht nur eine bessere Dusch-Routine haben als die meisten Männer da draußen, sondern du wirst auch langfristig davon profitieren. Du bekommst bessere Haut, deine Haare werden es dir danken und du startest auch noch besser in den Tag. Woher ich das weiß? Ich mach das schon eine Weile. Und by the way, das heutige Video wird wieder gesponsert von der Marke Manscaped. Weitere Informationen zu Manscaped und zu der neuen Ultra Premium Collection gibt's später. Punkt Nummer 1. Stell die Dusche auf die richtige Temperatur ein. Was meine ich damit? Die meisten Menschen duschen einfach grundsätzlich viel, 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 viel zu heiß. Und wenn du viel zu heiß duscht, Leute, versteht mich nicht falsch, ich bin auch kein Kaltduscher und es ist auch super angenehm, in eine heiße Dusche einzusteigen. Aber wenn du viel zu heiß duscht und das über Jahre oder Jahrzehnte hinweg, dann trockne deine Haut einfach viel schneller aus und auch deine Haare verlieren super schnell an Feuchtigkeit und trocknen grundsätzlich viel schneller aus. Also Dusche auf jeden Fall mit der richtigen Temperatur und das ist gewöhnlich lauwarmes Wasser. Ja, gefällt mir auch nicht unbedingt, aber immer noch besser als heißes Wasser. Also im Hinterkopf haben als erstes immer die Dusche auf die richtige Temperatur stellen. Zweitens, dusch nicht zu lange. Die meisten Menschen begehen nicht nur die Fehler, dass sie zu heiß duschen, sondern gleichzeitig auch zu lange duschen. Denn wenn man erstmal in so einer richtig schönen heißen Dusche drinsteht, dann ist man auch volle Kanone im Entspannungsmodus und dann möchte man auch direkt einfach mal so ein paar Minuten länger drinbleiben und dann vergehen 20, 25 Minuten mal ganz schnell. A, verschwendest du damit nicht nur deine Zeit, sondern natürlich auch kostbares Wasser, was natürlich auch nicht so ganz günstig ist und deine Haut trocknet auch einfach mal so viel, viel schneller aus. Wenn du keine persönliche innere Uhr hast, dann stell dir einfach den Timer vom Smartphone, damit du weißt, wann du aus der Dusche wieder aussteigen solltest. Die Duschdauer sollte ungefähr so zwischen 8 bis 10 Minuten betragen und in dieser Zeit solltest du auch alle Dinge in der Dusche geregelt bekommen. Und das ist auch die Zeit, die die Dermatologen empfehlen. Wenn du in der Dusche bist, dann solltest du als erstes mal dich darum kümmern, dass deine Haare als auch deine Kopfhaut gründlich gewaschen wird. Und dazu solltest du auf hochwertige Produkte zurückgreifen mit guten Inhaltsstoffen, denn das wird auch langfristig sich ausbezahlen. Denn wenn du hier auch qualitativ minderwertige Produkte zurückgreifst, dann wirst du es vielleicht nicht direkt spüren, aber wenn du es langfristig siehst, über Jahre oder Jahrzehnte hinweg, dann eben schon. Deshalb achte darauf, dass du wirklich qualitativ hochwertige Produkte verwendest. Apropos qualitativ hochwertige Produkte. Partner des heutigen Videos ist mal wieder die Marke Manscaped. Und Manscaped ist ja grundsätzlich bekannt dafür, für ihre Pflegetools und Produkte rund um den Intimbereich. Also wenn du den Vorgarten da unten mal wieder stutzen möchtest, dann bist du bei Manscaped genau richtig. Und nicht nur dann, sondern auch, wenn es um das Thema Pflegeprodukte geht. Denn mit dem neuen Ultra Smooth Package und der neuen Ultra Premium Collection gibt es jetzt hervorragende Pflegeprodukte, die nicht nur deine Schauerroutine abrunden, sondern auch deine gesamte Pflegeroutine. In der neuen Ultra Premium Collection ist nicht nur Haarpflege mit dabei, sondern auch ein Body Wash Duschgel, ein feuchtigkeitsspendendes Hydrating Body Spray, ein Deo Stick und beim Kauf der Ultra Premium Collection gibt es auch noch drei feuchtigkeitsspendende Lippenpflegestifte kostenlos mit dazu. Und weißt du, was das Beste ist? Alle Produkte sind auch noch Tierversuchsfrei, vegan und glutenfrei. Und jetzt ist die Zeit gekommen, dass auch du deine Pflegeroutine, beziehungsweise diese Schauerroutine perfektionierst. Geh auf manscaped.com mit meinem Gutscheincode Daniel Korte. Bekommst du 20% Rabatt auf die Ultra Premium Collection plus kostenlosen Versand. Nutz die Gelegenheit. Unten hinklicken und die Produkte beim Manscaped auschecken. Und by the way, die Collections und Packages eignen sich auch hervorragend als Weihnachts-, Geburtstags- oder sonstiges Geschenk. Weiter geht's mit Punkt Nummer 4, beziehungsweise Schritt Nummer 2 aus dem Waschgang. Und zwar mit dem wohl wichtigsten Teil des Waschgangs. Und zwar mit dem Waschen deines Körpers. Viele Leute realisieren gar nicht, dass die Haut das größte Organ des gesamten Körpers ist. Wenn man dann mal überlegt, dass hochwertige Inhaltsstoffe auf deiner Haut einfach auch einen großen Effekt haben, sollte man wirklich ausschließlich nur noch auf hochwertige Inhaltsstoffe verwenden, wenn man seine Haut reinigt. Ich meine, du beeinflusst damit ja auch deinen allgemeinen Gesundheitszustand deiner Haut, wenn du halt auf hochwertige Produkte und hochwertige Inhaltsstoffe setzt. Denn bei hochwertigen Produkten, wie zum Beispiel auch bei dem Body Wash Duschgel von Manscaped, dort sind einfach hochwertige Inhaltsstoffe drin, die deine Haut nicht austrocknen, sondern die den Fetthaushalt deiner Haut ausgleichen und gleichzeitig deine Haut auf eine natürliche Art und Weise reinigen. Und genau das möchte man ja am Ende des Tages. Weiter geht's mit Tipp Nummer 5 und zwar Schritt Nummer 3 meines Waschgangs. Und zwar sind wir jetzt im Gesicht angekommen. Du solltest auf jeden Fall dein Gesicht nochmal gesondert behandeln. Warum? Die Gesichtshaut ist einfach ein Stück weit empfindlicher als die restliche Haut deines Körpers. Und deshalb bekommt mein Gesicht auch eine besondere Behandlung mit einem auf meine Haut abgestimmten Gesichtsreinigungsgel in Kombination mit einer Gesichtsreinigungsbüste, damit meine Haut passend gereinigt und gleichzeitig auch entsprechend gepflegt wird. Last but not least kommen wir jetzt zum Punkt, der nicht gerade ganz angenehm ist. Ja, eigentlich möchte man es immer vermeiden, aber er hat einfach so viele Vorteile. Und zwar spreche ich vom Kaltabduschen. Kaltabduschen hat einfach so viele positive Effekte, deshalb solltest du das auf jeden Fall nicht auslassen, wenn du dich duscht. Denn Kaltabduschen schließt deine Poren. Kaltabduschen hilft geben Muskelkater. Kaltabduschen steigert deine Fettverbrennung. Kaltabduschen macht deine Gefäße wieder munter. Und, 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 und. Also Leute, auch wenn es nicht gerade angenehm ist, zum Schluss der Showerroutine auf jeden Fall nochmal kurz den Körper eiskalt abduschen. So, und wenn du dann mit deiner Duschroutine durch bist, dann kannst du natürlich auch noch deine Duschroutine passend abrunden mit den Produkten aus der Ultra Premium Collection von Manscaped. Zum Beispiel der Lipbalm oder das Hydrating Spray eignen sich perfekt für die kalte Jahreszeit. Und denk dran, mit dem Gutscheincode Daniel Korte bekommst du aktuell 20% Rabatt plus kostlosen Versand auf deine Bestellung. Also, das lohnt sich auf jeden Fall. Schau bei Manscaped vorbei. Und falls dir an dieser Stelle auch jemand einfällt, der seine Showerroutine oder seine Pflegeroutine einfach mal so ein bisschen verbessern sollte, ja, dann teile liebend gerne dieses Video mit ihm. Ich würde mich auf jeden Fall sehr freuen, wenn ich euch da draußen mit meinen Videos einfach ein bisschen weiterhelfen kann. Ich wünsche euch ganz viel Spaß und maximale Pflege bei eurer Routine.